Hallo Adi, ja, was wolltest du mich fragen? Du Papa, was ist da eigentlich von einem Feld? Ach Adi, das ist jetzt vorbereitet für den nächsten Sommer, damit dann was wachsen kann. Und warum riecht das so, Papa? Das riecht so Adi, weil der Bauer die Gülle darauf gemacht hat und das besser wächst. Oh Papa, darf ich denn da auch was spielen, der Gülle? Nein Adi, das darfst du nicht, weil Gülle ist nicht gut für dich und für alle anderen auch nicht. Gut, Papa, dann will ich da nicht spielen. Du Papa, findest du nicht auch, dass das Ganze stinkt? Ja Adi, warum? Ich hab gepupst, Papa, ist nicht so schlimm, Adi.